Musik Trachtet immer danach, das Gute zu tun und das Böse zu meiden, sagen wir. Und erschrecken, wenn unsere Kinder sich zum Beispiel den ACDC und Mersley Crew Fans anschließen und in tiefe Keller steigen. Auch wenn es sich wie in diesem Fall um den Luftschutzkeller der Pauluskirche in Olten handelt, beruhigt uns das kaum. Verständnislos schauen wir zu, wie sie sich Symbole des Bösen in die Haut tätowieren lassen, sich Horrorbilder an ihre Kleider nähen, um zu aufpeitschender Rockmusik ekstatische Tanzrituale aufzuführen und quasi im Pakt mit dem Teufel zu singen. Er ist der Wolf, der einsam in die Nacht schreit. Er ist der Blutfleck auf der Bühne. Er ist die Träne in deinem Auge. Er ist der Vater der Lüge. Er ist das Messer in deinem Rücken. Er ist der Vater der Lüge. Er ist der Vater der Lüge. Er ist der Mann z.B. weil der Schlang und Rund für uns. Aber wir könnten ja das können. Sie geben uns das können. Das sagt nein, weil sie so gut in der Schule haben, weil sie so eine Spiel achei. Die machen nur Dinge und suchen und weiss was alles. Sie können uns einfach einstufen, wie sie uns sehen. Aber sie können uns ja nicht. Dann will ich sagen, dass es eine Spielzeit noch lange hat, sodass dieser Charakter schlecht ist. Ich finde, man muss er zuerst kennen... Und da sind wir dann wieder recht. Die, die Drogen haben, oder die, die haschen, die können in einen Raum reingehen, die können mir gerade etwas über, die finden immer etwas. Aber wir können in einen Tee. Das ist halt für den Weg. Wenn man anfängt als Ranggruppen, klar. Aber wer ist der Mittelpunkt? Die Tasche der Mittelpunkt? Oder die Discofreak? Oder die geschnegelten Sechen? Wer ist der Mittelpunkt? Das auf das wollen wir anspielen. Weil man weiss nicht, dass die Jugend frei sind. Und nicht so Ranggruppen in der Jugend. Man will irgendwie abstossen. Und so kommt dann die Kriminalität. Kann ich sagen, was AC-DC heisst? Nachstum. 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 healthy. An St�. nach Stそれz. Das kommt von einer Sekte. Nachstum. ngner dir? Ganz in unserer. Nur z AO AS. Das kommt von einer Sekte. Natürlich. Dort schreiben sie drinnen so hard rocklos. Mitodsch o. Ich bin gestorben, dass sie alle Sänger von dir sind. Und weil er ist der Nächste, der stirbt. Weil er von der Hölle sinkt und alles. Das steht da drin. Können Sie einen Satz sagen, der da drin steht? Was die dummen Siechen schreiben über die Bandskatte? Was er sieht, was erntet ihr auch? Ja, das steht da drin. Das steht da drin. Sie sind vor einem Konzertsäsie vor der Tragschalte. Das ist eine Scheisse. Ich habe meine Brüder. Sie singen Highly to Hell. Ja, die Hölle Strasse. Die meisten verstehen sie nicht. V.a. ist, dass sie einfach Musik anzunehmen. Ja. Wie sie für die Musik anzunehmen. Und es tanzt ja niemals zum Text, wie er auch gesagt hat. Und so Lieder z.B. wie Hell's Bells mit den Glocken und so. Das ist einfach gut. Statt Hell's Bells könnte es auch heissen, äh, 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 Himmels- Bells. Es ist einfach gleich. Es klingt einfach gut. Hey, ich weiss das in die Beute. Ich will da bleiben. Ich will da bleiben. Ich will da bleiben. Ich will da bleiben. Ja. Das ist ein Beute. Das ist ein Beute. Ja. Das ist ein Beute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020